so guten tag werte gäste der mesa manga und ich heiße euch wieder mal herzlich willkommen zu einer weiteren episode des manga montags mit sorano otoshimono aka angel oid ich hab's sonst aber andersrum gesagt ja verdammt angel oid aka sorano otoshimono von suminaski band numero zwölf und für leute die in kapitel leben kapitel 47 bis 50 oder flo ist wieder natürlich mit am start und ja wir hatten ja letzte woche eine pause ja wir hatten eine pause gemacht wegen unwetter wegen unwetter um das mal kurz zu erklären das klingt ein bisschen komisch aber es ist so wir wohnen in einem zelt ich wohne in einem loch und ne also die rollläden die klappern bei mir enorm aber die klappern auch wenn die fenster offen sind wenn sie zu sind es ist völlig egal wenn ich so fest schraub wenn draußen ein ordentlicher sturm also nicht ein normales windchen oder mal etwas leicht stürmischerer abend oder nacht ist sondern wenn wir hatten jetzt an dem zeitpunkt mal etwas stürmischeren sturm ähm der auch schon den ein oder anderen baum rumgefegt hatte bei uns jetzt nicht bei uns direkt aber im nachbars ort ist ein baum um wie knicks deswegen kann man schon davon ausgehen dass das schon was ein bisschen ernsteres war und der war halt so laut das war halt so laut hier in meiner bude ich hab mal kurz einen test gemacht mit der aufnahme das wäre eine katastrophe gewesen das hätte man permanent im hinterrum gehört und da habe ich gedacht ne ne oder den um oder dem umständen so kann ich nicht arbeiten habe ich gesagt und dann haben wir es gelassen und haben es verschoben das ist die lore hinter dem verlust eines weiteren manga montags aber wir versuchen es heute aufzugreifen und vor allem weiterhin im blick halten dass wir nicht so viel labern ja oder versuchen weniger zu labern ja so um das ganze nur mal erklärt zu haben ja band zwölf ähm erst mal so komplett eindruck grandioser band richtig spaßig unterhaltsam und vor allem von story in story technischen gründen relativ gut ja also relativ gut mit mit mama reveal mama reveal ja wir hatten es ja in ecken und ähm ja angel leute hat sich ja auch gesagt mama reveal muss sein und ähm ja sind wir mal gespannt ähm warte mal das letzte mal hattest du angefangen genau dann fang ich wieder an äh und ähm genau also erstmal haben wir hier ein kurzes eine kurze erklärungsbox wie wir es bei allen äh angel leute bisher der fall war dass wir das erstmal erklärt bekommen und zwar chaos version 2 äh angeloid der zweiten generation typ epsilon in klammer evolution größe 107 zentimeter gewicht 20 kilogramm flügel typ unvollendet variabel amphibisch das finde ich ein interessanter punkt weil das suggeriert quasi dass die messer klingen äh dass die vielleicht sogar noch eine vollendete version haben ja ja ähm und dass sie sich wohl scheinbar auch verändern können weil oder anpassen weil ich denke das hat was mit das ist das was mit amphibisch gemeint ist oder ja weil sie da diese 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 mehrjungfrau da platt gemacht hat mhm hat sie das ja irgendwie übernommen uuuh ah ok ja ja ich denke sie hat einiges übernommen ja ähm hauptwaffen selbsterneuerungsprogramm in klammer pandora das antivahrnehmungssystem in klammer medusa dann das superhochgeschwindigkeitsatom vibrations ne der superhochgeschwindigkeitsatom vibrationsgenerator chimera what the fuck und und sehr viel fragezeichen ja äh also sie hat wahrscheinlich noch ein ass im ärmel das sie noch nicht kennen klassifizierte information ja genau und genau und ähm es geht eigentlich nahtlos da weiter wo wir aufgehört haben und zwar ähm 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 oh gott namen auf dem weg zur synapse auf dem weg zur synapse genau lass mich kurz mal wieder mein namensregister sonst ich fühl mich sonst ich fühl mich sonst nicht sicher ich brauch ich brauch mein namensregister sonst bin ich sonst werd ich traurig äh 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 wir haben es gleich wir haben es gleich ja 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 ok war der name ich es ist es ist geil manchmal kommen mir die einfachsten namen nicht in den kopf das war krass was Tomoki achso Tomoki ja das ist ein sehr schwerer Name das ist ein relativ unbekannter Charakter in dem man also Tomoki hat zur kleinen Chaos ähm die da die er ja als Mädchen sieht und nicht als Angeloid und auch noch nicht als äh Angeloid kennt oder wahrnimmt ähm hat eben halt zu ihr gesagt oh wir also sie haben miteinander gespielt im letzten Kapitel von Band äh elf und er hat dann gemeint so ah ich muss jetzt nach Hause so du solltest besser auch nach Hause wir treffen uns morgen wieder und spielen eine Runde so ne und dann hat sich Chaos gesagt okay alles klar äh dann geh ich jetzt nach Hause ja aber wo ist mein Zuhause und dann hat sie sich überlegt ja gut da wo ich herkomme ne macht ja Sinn das ist das Zuhause und dann äh wollte sie zum Meister fliegen ja zum guten Minus aber der der hat gar keinen Bock mehr auf äh auf äh Chaos zum einen naja weil er gegen seinen Willen gegen seinen Willen funktioniert weil sie ihm gefährlich wird genau und zum anderen wahrscheinlich auch weil sie ihm gefährlich werden kann also fängt er eben halt an ja sie zu zerstören beziehungsweise ihre Flügel zu stutzen äh auf dem äh nach Hauseweg sozusagen und ja er ist auch so ein bisschen verekelt sag ich mal dass dass sie so zerbrechlich ist also es auch so irgendwie so so emotional und das ist einfach nicht so seine Lieblingsspieler also seine Lieblingsspielzeuge sollen ja einfach nur funktionieren ja genau die sollen ja keine Befehle hausschüren oder sowas ja ja das ist ja irgendwie das ist nicht so seins und ähm und er realisiert dann halt auch irgendwie so mit diesen ganzen Angeloiden so dass die Techniken und die die Funktionen von den Angeloiden die ähm wie hieß sie noch erfunden hat dass sie ja ziemlich krass sind also besser als äh das was er an Entwicklungen hat das gibt er halt zu aber ähm Angeloiden haben halt keine Chance gegen äh die Luftabwehr äh Systeme von Synapse weil die eben ein Stück weit eben halt dazu gemacht sind die auszulöschen also das ist quasi so eine Art stell dir vor die laufen irgendwie amok und die gehören gehorchen einem nicht dann hat man eben halt da quasi ne ein Antisystem sozusagen failsafe so gesehen ja genau safe state und äh das Ding heißt hört auf den Namen Zeus was ja ganz gut passt weil die Synapse ist ja quasi wie so ne das ist das höchste was es gibt mhm zu dem Zeitpunkt ne also wie der wie der Olymp quasi und oben auf dem Olymp äh lebt Zeus das ist wahrscheinlich wieder so ein bisschen die Herangehensweise ne und ja sie wird halt äh ordentlich mit so nem Strahl richtig äh pulverisiert also das ist auch kein harmloser Strahl das ist ein pervers großer breiter Strahl ähm in Star Wars würde da ganz Coruscant drauf gehen die sind jetzt irgendwie ja 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 ein kleiner Seitenhieb an egal ähm auf jeden Fall denkt man dann so okay das war's und du kriegst dann auch mit wie Astraea irgendwie das so realisiert also dass da irgendwas nicht stimmt oder dass da jetzt irgendwas irgendeine große Energie von sich gegangen ist weil das spüren die ja alle irgendwie mehr oder minder ähm wobei ich es interessant finde dass der Rest daran nicht so drauf reagiert mhm also wie zum Beispiel Nymph aber sie irgendwie das merkt als wäre sie irgendwie ein bisschen mit Chaos verbunden oder so ja es kann auch sein dass dass sie irgendwie emotional mehr 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 am meisten Leistung hat von allen ne ah das ist stimmt stimmt auch wieder war ja und ja genau und dann wie gesagt sieht man eben halt äh wie sie mehr oder minder zerschrottet wird und kriegt halt gesagt dass sie dass überhaupt kein Platz mehr für sie da ist überhaupt nicht und achso sie hat auch übrigens bei diesem Strahl auch die Schuhe die sie von die Tomoki bekommen hat genau hat sie beschützt dass sie nicht kaputt gehen das ist auch eine sehr süße Geste beziehungsweise eine sehr äh wo man merkt dass da Emotionen irgendwie die Oberhand genommen haben für kurze Zeit ähm genau und die 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 Harpien ne die zwei Handlanger von Minos äh die versuchen dann Chaos zu fangen aber hat keine Chance weil Chaos kann macht irgendwas zu fliegen und das kriegen die Harpien nicht hin die kommen dann zurück entschuldigen sich und denken dann oh da kommt jetzt wunder was als Reaktion von Minos aber stattdessen ja hat er halt schon vor irgendwie wieder einen Angeloiden zu bauen so den nächsten krassen Dinger und ja genau es ist halt so so nach dem 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 Motto warum baust du nicht einfach so einen Angeloiden der einfach genau so ein krasses System hat wie Zeus weil dann mhm der hätte sie eigentlich gewonnen so dann würde auch so eine Uranus Queen kein heftiger Gegner mehr für dich sein und auch auf ihn antwortet er einfach nur dass ihm langweilig ist ja und und dass ihn Angeloiden irgendwie auch ein bisschen langweilen und das ganze mit Dydalus und so und und das ist eine sehr strange Szene eine unfassbar strange Szene ja ja weil er dreht sich dann rum und läuft weg und du denkst dir dann so okay was was ist das also ich verstehe die Aussage aber die die zwei Harpien die nehmen das ganz anders wahr sondern die die freuen sich fast schon ein bisschen und sagen halt der Meister scheint Spaß zu haben das will er natürlich nicht gern hören oder beziehungsweise er realisiert dann dass er schon eine Weile nicht mehr so viel Spaß hatte eben halt mit dem Kampf gegen die ganzen Angeloiden und so ja und das ist irgendwie so ein sehr stranger Moment irgendwie weil er da da wirkt er mal klar ja der ist immer noch mega böse aber da wirkt er 10% weniger böse durch überwiegend halt durch die Harpien ja ja genau aber die Harpien die sie suggerieren auch irgendwie so also er ist den irgendwie nicht so böse wie manch andere ja ja weil man denkt jetzt oh jetzt jetzt werden die beiden zerpflückt oder so ja genau aber die werden irgendwie die sind jetzt eigentlich immer gut davongekommen ja ja genau und ja vor allem wie viel wie viel die sich schon erlaubt haben wie viel wie oft die schon versagt haben in seinen Augen wie oft die wie oft sie irgendwie nicht erwischt haben und er ständig abgehauen ist ja genau aber irgendwie kriegen die nie was ab und wie gesagt man hat jetzt auch so das Gefühl dass die drei sich am nächsten sind so und die Harpien auf jeden Fall ein bisschen mehr über Minos wissen als wir es vielleicht tun ja das kann sein und irgendwie freuen die sich dass ihr Meister Spaß hat und das ist irgendwas das ist sowas bizarres irgendwie weil das nimmt Minos jetzt obwohl wir wissen alle was er getan hat aber so aber es nimmt ihm jetzt so ein bisschen diese Blutrünstigkeit und jetzt wie gesagt nur nochmal angenommen nochmal angenommen diese ganze diese ganze Sache wäre quasi nur ein Spiel in der Matrix sozusagen dann wäre dann wäre ja nicht mal böse in dem Sinne sondern er würde ja einfach nur mit Daten spielen der würde ein Videospiel spielen quasi also das meine ich das ist wieder so ein Punkt wo ich drüber nachdenke und mir denke warum warum will der Mangaka jetzt dass ich ihn irgendwie als ein nicht ganz so schön ja genau warum warum kommt jetzt einfach Gefühle dahin zu oder Charakter so gesehen warum entwickelt sich da jetzt der Charakter und auch und auch dass 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 diese äh 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 Papien jetzt so dargestellt werden in diesem eher in diesem Uwu Design so ne in diesem eher Unschuldigen und wir lieben ja unseren Meister Modus ich dann denke es ist jetzt irgendwie strange das jetzt hier so zu sehen vor allem nach all dem was davor passiert ist mit Bird und was weiß ich ja genau das ist schon komisch naja auf jeden Fall Chaos ist halt komplett zerfleddert und lauft den Weg also ist unten angekommen auf dem Boden lauft den Weg entlang ist natürlich wieder in Sorami ist ja klar und lauft den Feldweg entlang und trifft da auf das Kätzchen das sie vorher fast getötet hat mit ihren Medianhänden in dem letzten Kapitel und genau und dann ja die will es irgendwie streicheln aber das beißt natürlich weil klar so was machst du nicht nochmal mit mir du willst mich doch nur wieder erwürgen Katz hat jetzt automatisch Angst und beißt und haut ab und und ja sie versteht das halt nicht was da also warum sie das macht also das ist für sie nicht so ganz nachvollziehbar dann findet hier Name 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 Hiuri Hiuri ja Hiuri findet sie es ist ja ihr Gebiet sie ihr ihr Feld ja ihr Block ja und sie entdeckt dann dass dieses Mädchen da voll verletzt und ohne Mutter und Eltern und so weiter da sitzt und fragt dann halt wo ist dein zuhause was machst du denn hier so und sie erinnert sich halt nur daran dass sie nicht mehr willkommen ist und der einzige Ort an den sie noch kann und jetzt kommt halt dieses ich weiß nicht ob ich es mag oder nicht also im Sinne von weil das ist schon ein Trope was mich in manchen Filmen auch aufregt so ein bisschen weil das ist so dieses Trope das ich weiß nicht das hast du bestimmt auch schon vielleicht beim Nostalgia Critic oder so schon gesehen und der hatte halt auch recht weil viele gerne dieses Trope einsetzen von wegen dieses Missverständnis ja ja das ist manchmal so ich glaube ich kann es noch akzeptieren aber ich bin oft der Meinung dass es eher Schrott ist es ist irgendwie zu einfach mit Missverständnissen Drama zu erzeugen genau genau ja wobei bei so einer langen Reihe das mal ein Teil des Plots zu machen ist es okay denke ich bei einem Film ist es schlimmer weil es ist aber es tut da irgendwie weh weil es auch so blöd ist ja genau also es geht halt darum dass Mädel sagt dann halt da wo der Junge ist also da wo Tomoki ist weil das ist das einzige das einzige das einzige zuhause was sie sich noch verspricht quasi und sie merkt halt auch dass es irgendwie schon wichtig ist ein zuhause zu haben und sie ja fliegt dann eingeklammert mit den Schuhen die sie bekommen hat von ihm fliegt sie halt in Richtung seines Zuhauses und sie sagt halt mein Zuhause ist schließlich da wo du bist als darf ich wiederkommen nicht wahr Junge also sie kennt ja seinen Namen noch nicht und in dem Moment passiert halt gerade wieder was dummes im Hause von Tomoki die Angeloiden streiten sich wieder also beziehungsweise Nymph und Asrea streiten sich und ja Icarus hat da irgendwie in letzter Zeit nicht so Bock drauf scheinbar die die mag streiten nicht und deswegen lässt sie halt mal alles explodieren und in dem Moment kommt halt immer Tomoki vorbei und wird halt geröstet und er hasst es halt wie die Pest und und er sagt halt mal wieder aus Wut was er ja nicht so meint aber aus Wut sagt er halt hey haut ab verschwindet hier alle kommt ja nie wieder kommt ja nicht wieder irgendein Angeloid hierher zurück und es schreit ja halt so laut und ja Icarus steht halt am Eingang kriegt es halt mit und es ist halt quasi wie so ein Stich ins Herz ein Schlag in die Niere und am besten noch einen Nacken einen Nacken Karatejob so alles auf einmal und das ist einfach zu viel sie sagt auch ständig Autsch 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 oder es ist vielleicht auch die Symbolik des Herzschmerzes ich denke mal das ist ihr ihr Reaktor der wehtut achso ja stimmt der Reaktor genau so war es ja bei Icarus auch genau ja und es ist halt echt scheiß Szene da sitzt sie halt da fängt an zu weinen ist ja noch ein kleines Mädchen in einer gewissen Form auch und und ja die werden dann rausgeschmissen sehen dass dass sie da draußen ist wollen ihr gerade irgendwie helfen oder sowas und dann realisiert sie ach ja das ist also doch so dass Schmerzliebe ist also das also quasi sie hat die ganze Zeit versucht es zu verstehen und sie ist immer mal wieder ab von gekommen aber hat immer wieder auch in Erwägung gezogen dass Liebe doch nichts unbedingt mit Schmerzen zu tun hat und jetzt ist aber der einzige Punkt oder das einzige Wesen sag ich mal was sie noch lieben kann oder konnte die Person die ihm letzten Endes noch gesagt hat quasi so hau ab verschwind und das war so ja das wie nennt man das der Tropfen den es fast zum Überlaufen bringt und sie haut halt ab hat keinen Bock mehr realisiert dass Verletzungen und Schmerz doch einfach Liebe bedeutet oder sie will es einfach nicht anders wahrhaben mehr und es ist halt alles eine Lüge und Astrea will ihr dann irgendwie helfen aber sie reagiert indem sie einfach so ein Megastrahl auf sie abfeuert was ich irgendwie interessant finde weil wenn du den Strahl mal anguckst der sieht ein bisschen aus wie der Strahl den Zeus auch gemacht hat genau wo ich mir nicht ganz sicher bin hat sie das jetzt gelernt also angeeignet kopiert das weiß ich nicht könnte das eine neue Fähigkeit sein oder ob das ihr Ding schon war das kann natürlich auch sein oder ob das einfach so dass das ihr mega Atom Vibrationskanone ist aber das war doch ein Generator oder das stimmt hast recht ja warte ja tatsächlich das war doch irgendwas harmloses ja irgendwie gut naja ein Ding das mega Atomvibrationen generiert kann auch als Waffe eingesetzt werden wer weiß naja Atomvibrations ich kann mir halt nichts drunter vorstellen ja das ist wahrscheinlich auch nur so Sci-Fi Bubble es ist auf jeden Fall Sci-Fi Bubble ich glaube keiner könnte mir das erklären jedenfalls nicht in der wissenschaftlichen Richtung ja sie braucht einfach keine Liebe mehr sie ist komplett verzweifelt und versinkt sich wieder freiwillig im Meer Astraea will hinterher aber dann ist noch Icarus am Start und hält sie halt auf dass sie dann nicht ins Wasser plumpst ja weil sie hat ja keinen Wasserdruck Schutz niemand von denen also im Grunde hat sie ja da quasi ihr eigenes Reich mit weil keiner der anderen Angeloiden irgendwie oder der Menschen so tief da unter Wasser leben können oder sich bewegen können und und ja irgendwie also die Angeloiden unter anderem Astraea checken halt was da so abgeht und und spüren so den Schmerz scheinbar irgendwie und können aber halt natürlich nicht wirklich viel machen und währenddessen passiert noch ein weiteres Ding was ich auch sehr tragisch und traurig finde ähm Tomoki ist halt natürlich immer noch trotzdem unser herzensguter Junge auch wenn man es manchmal nicht ihm abkauft sag ich mal er hat doch einfach ein gutes Herz und natürlich geht er wieder an den Platz wo er das Mädel getroffen hat weil sie sich ja verabredet haben am nächsten Tag zu spielen beziehungsweise er hat ihr das ja versprochen und er hat das auch eingehalten ob er jetzt Lust drauf hat oder nicht ist glaube ich egal weil in dem Moment hat er einfach gesagt ich hab's versprochen und ich geh da hin und ja voll montiert mit irgendwelchen Spielsachen mit Sportgeräten mit Badminton Schläger und Basketball und was weiß ich wartet er da auf dem Spielplatz aber bisschen die Nacht sogar rein bis es dunkel wird aber es kommt niemand und damit endet dieses Kapitel und er ist auch selber so ein bisschen traurig ja klar und ja das ist irgendwie nicht gut gelaufen so goodie good ja next jetzt geht's an Kapitel 48 ausgesetzte Runde ja Astraea ist gesetzt gerade wieder in ihrem Wald frisst Giftpilze wie sie das gerne macht denkt noch wieder so ein bisschen nach was da mit Chaos passiert ist was 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 sie eigentlich meinte ne und sie 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 denkt halt darüber nach was was ist Liebe eigentlich wirklich ne was was ist das überhaupt ja genau aber gut dann dann fängt das Gift der Pilze auch schon an zu wirken aber sie kennt das ja schon aber blöderweise greift sie dann auch noch eine Bärenfamilie an die Bärenfamilie die Bärenfamilie sie wird da voll von denen verkloppt dann kommen da auch noch so Waschbären hinzu die die machen da auch noch mit ich möchte hinzuf ich möchte hinzufügen dass der eine das eine Bärenjunge äh aufrecht steht wie ein Mensch und Astrea einfach kickt ja genau so auf den Boden tritt so das ist so geil die 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 Bären die gehen da nicht hin weil sie Hunger haben und die fressen wollen ne die wollen sie einfach nur verdreschen ja genau auf jeden Fall ähm zieht Tomoki das und denkt sich was was machst du da denn überhaupt ne ja und sie sagt dann halt Liebe was was ist das und er dachte ist das jetzt gerade in Mode weil das wurde ihn ja auch schon mal verletzt und von Chaos gefragt mhm aber gut ähm ja er will ihr dann da ein bisschen helfen ähm will ihr das erklären aber er weiß ja selber nicht so richtig wie man das erklärt äh er fragt immer er macht das dann einfach mit dem Frage- und Antwort-Spiel ob sie weh weh magst du äh magst du Nymph zum Beispiel äh magst du magst du äh hier Icarus und so und dann sagt die allem immer wieder ja er nimmt also alle alle Charaktere durch und am Ende fragt er noch und mich da wird sie dann rot und sagt ich hasse dich äh das ist wieder typische typisch genau das 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 schockt ihn so ziemlich ja und dann äh da bricht es die dann total mit ihm durch und äh das kann doch nicht sein ist er wirklich so unbeliebt ne und dann rennt er einfach zu zu random Mädchen irgendwo haut er den Rock hoch und fragt magst du mich ne du magst mich doch oder du magst mich doch oder aber du oder ja genau und das macht er immer wieder kriegt immer wieder auf die Fresse ist natürlich klar und dann äh kommt er halt äh zur Realisierung dass er bei allen verhasst ist ja und er denkt er denkt er weiß auch wieso weil er ein Idiot ist ja Astrea ne Idiot Idiot und dann sagt er du bist doch auch eine Idiotin und dann kommen sie beide zusammen äh auf in die Realisierung und das brechen zusammen sie sind ja beide verhasst weil wir Idioten sind ja genau aber er hasst niemand niemand Astrea aber sie lässt sich einfach so davon einbüllen mitreißen weil Idioten ja gehasst werden ja genau ne auf jeden Fall ähm die sind jetzt so tief äh drin dass sie äh zu Hunden geworden sind also so so ein billiges Hundekostüm und in Chibi Form und äh ja ne jemand möge uns bei sich aufnehmen also die sitzen in so einem Pappkarton wie das halt so typisch für ausgesetzte Hunde ist ne so nimmt uns mit und so ja und dann kommen immer wieder welche vorbei da kommt zum Beispiel Icarus vorbei und äh überlegt sich ob sie die nicht mitnimmt die kleinen Hunde aber äh Nymph sagt dann ey wir haben doch einen Huhn was ist wenn der Hund den durch das Huhn frisst ne ja das geht das geht nicht so ganz dummer gibt Grenzen ne ja genau ja gut ähm also Icarus kann sie nicht mitnehmen dann kommen da noch Hiuri und ja Mitski Mitski genau ähm ja die sagen oh die sind ja total süß und die Hunde machen nur Jaul Jaul vielleicht ich hab das auch immer das ist ja so das Geile gerade ich weiß nicht ob das heute noch so gemacht wird aber aber damals also gerade so in den 2000er Richtung Anime ähm da gab es war es ja immer so dass die Seyus immer ähm Tiere gesprochen haben also wenn da so ein Hund war und der hat das war halt das war halt die haben halt nicht ein Hundegeräusch genommen für den Anime sondern die haben einfach die Seyo genommen und haben dann gesagt bell mal wie ein Hund ja ja und haben das dann genommen und das muss ich mir da eben auch immer vorstellen wenn das im Anime wäre ich mein würde es Sinn ergeben weil es ja auch Hunde sind aber ich fände es sogar geiler wenn man das im Anime dann mal absichtlich so machen würde dass man da mal Tiergeräusche nutzen ja 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 das ist ja einfach mal andersrum ja ne auf jeden Fall ähm die überlegen auch auch wie süß die hier sind aber ja Mitski sagt ja meine Mutter hasst Hunde fällt mir gerade ein und äh hier Hiyori hat schon mit ihren ihren kleinen Brüdern zu viel zu tun da ist für Hunde kein Platz dann kommt Sukkata noch vorbei und er haut da voll auf rein und sagt ja das Fleisch von rotbraunen Hunden soll sehr schmackhaft sein denkt er sich er sagt ja und die da reißen die aus und rennen weg natürlich weil ähm gegessen werden ist natürlich nicht so geil ja jetzt sitzen sie da in so einer so einer so einer so einer Gasse und äh wir denken schon gar nicht mehr dass da überhaupt noch was kommt aber ja dann kommt äh die Präsidentin vorbei in einem sehr eleganten Aufzug und äh ja so sind oh ihr Arm ihr friert doch sicher ne und dann sagt ihr Bodyguard aber noch ähm wir haben schon einen Hund ähm müssen sie bedenken und sie sagt gut dann nehm ich nur einen und dann nimmt sie nur Tomoki mit und Astrea wird da einfach zurückgelassen ja Hammer Sünde das ist voll schlimm echt das ist echt schlimm ja aber es suggeriert auch wieder meine es suggeriert auch wieder meine Vermutung mit oder bestätigt wieder so leicht meine Vermutung mit Mikako und der der dem dem Ausgleich dem Ausgleichen von Situationen ja 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 weil normalerweise hätte ich jetzt nicht erwartet dass sie Tomoki mitnimmt ne weil sie ihn queren kann ja genau aber irgendwie aus irgendeinem Grund nimmt sie ihn ja bewusst mit ja ja und nicht erst mal eher also das ist schon wieder so wo ich mir denke das ist absichtlich so geschrieben hm ja stimmt ja auf jeden Fall sind die beiden jetzt getrennt und Tomoki ist äh für sich im Himmel auf Erden oh ja er darf mit den ganzen Dienstmädchen darf er zusammen baden die waschen ihn und er ist total hin und weg dann wird er noch gebürstet von Mikako er ist er hat schön er ist so er ist so klein ja ja dass er quasi mit allen Vieren auf so eine große Brust quasi klettern kann ja 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 genau also das Gewicht und die Größe ist unfassbar minimal also er ist wie so ein Welpe ja genau ja genau auf jeden Fall frag mich ob das geht kann mir das mal jemand sagen ist das realistisch ich weiß nicht wie physikalisch das möglich ist ich glaub nicht ich glaub selbst ein Welpe würde da wahrscheinlich eher ruhen weil die müssten sich ja festkrallen das muss der Schweine wehtun die müssten ja sehr fest sein denn auch ja nicht weich ich mein die Option gibt's ja 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 die Option gibt's wenn man die Unechten nimmt ja ja äh aber den Traum wollen wir mal nicht zerstören das sind alles echte sowas gibt's hier nicht die gibt's hier nicht ne auf jeden Fall er denkt so ein bisschen an 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 Astraea zurück und wird traurig oh Gott ja er muss dann sagen es ging nicht anders er redet sich das ein und ja bei jener nimmt sie bestimmt mit 100 pro und dann ja dann fällt Mikako auf dass das Hühnchen da ein Männchen ist ne also so zwischen die Beine geguckt und dann der Opa noch so er hat einen und äh und dann sag ich oh je ja das gibt ja das geht ja gar nicht wenn's Nachwuchs gibt dann ist ja viel Arbeit ne was macht man dann einen äh soll ich ihn kastrieren ne ja mit ner Heckenschere ja in Hunde Tomoki geht er natürlich äh die 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 Hölle los ähm er rennt weg und hat hat Schiss er will natürlich nicht dass er entmannt wird ist klar er dachte noch so hilf mir doch jemand und in dem Moment kommt äh Hündchen Astraea durch 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 das Fenster rein oder keine Ahnung irgendwie kommt sie da rein mhm oder ist das die sind gerade draußen das kann natürlich auch sein sie kommt und beißt Mikako richtig Aua dann wird sie wird sie dafür von den von den Bodyguards gehauen und äh ja dann ja jemand muss das Gesundheitsamt anrufen das war ja auch schon immer die Angst von denen dass sie eingeschläfert werden und äh ja das ist jetzt so eine typische äh Anime Manga äh Situation so im Sinne von leb weiter lass mich hier liegen von Astraea ja aber ne äh Tomoki denkt so nach wie die beide in der Gossip überlebt haben und einmal alles zusammen gemeistert haben und dann große Knochen von großen Hunden geklaut haben gemeinsam so bali mäßig Susi und Strolch ja ja und auf jeden Fall ähm rettet er sie dann noch vor dem Bodyguard der ihn gerade fesseln wollte und dann rennen sie zusammen weg ja und dann denken sie noch so ja wir waren doch nie einsam wir waren von Anfang an zu zweit ja dann fangen sie an sich abzuschlecken sind dann auf einmal wieder menschlich und denken sich was machen wir hier eigentlich das ist eine sehr seltsame erotische äh extrem ja also am Anfang ist es noch voll niedlich ne und dann fangen die sich an irgendwie abzuschlecken dann denkst du so ja das geht jetzt schon mehr das ist irgendwie hot leicht und dann stehen die sich so fast gegenüber wie so ein Zungkuss der sich zusammenführt und dann denkst du äh und dann äh halt stopp was machen wir hier eigentlich das ist langsam hoch ähm wir waren doch haben wir gerade noch Hunde ja gut ähm das ist jetzt ein bisschen verwirrend für die aber gut auf jeden Fall ähm die denken dann warum warum ist warum ist das jetzt überhaupt zustande gekommen und äh Astraea sagt dann auch dass das halt die Sache mit Chaos war aber Tomogi kennt Chaos ja noch gar nicht oder ich weiß nicht kann er sich auf den Namen Chaos was einbilden aber eigentlich nicht ne ne gar nicht ne er kennt er weiß nicht dass ne genau ja das war ja immer hinter den Kulissen hat er nie was mitgekriegt von genau ne auf auf jeden Fall äh sie rudert dann nochmal zurück weil äh sie weiß ganz genau dass er wenn er jetzt warte mal doch warte mal warte mal warte stopp wie war denn das nochmal mit dem Meer mit der Meerjungfrau Angeluit äh da war doch Icarus mit ihm über Meer ja dann müsste er die doch zumindest aber aber dann wundert man sich warum er in dem Mädchen sie nicht erkannt hat ne ich bin jetzt gerade auch ein bisschen oder wurde er da schon wegtransportiert das kann doch sein dass er da schon bewusstlos war oder so ja äh ich weiß es nicht mehr egal ist ja auch ne 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 das war doch ähm das war doch mit dem Befehl dass das hier äh Icarus ihn da reinschmeißen sollte und da ist das doch erst zum Stande gekommen ja genau aber das war ja die Szene wo wo ähm Chaos dann ja aufgetaucht ist ne und da war ja er theoretisch bei Icarus dabei in der Luft ja nicht schon naja gut naja auf jeden Fall sie rudert dann nochmal zurück weil sie weiß dass wenn Tomoki erfährt dass jemand äh Probleme hat dass äh mischt er sich ein dass er sich dann einmischen würde und das würde dann gefährlich werden ja aber ähm er beharrt halt immer noch drauf und fragt was ist denn jetzt ne was ist mit Chaos äh ja sie weicht immer weiter hin zu äh Dummerchen zurück äh weiter zurück aber ja sie sie realisiert so langsam äh dass sie ihn mag dass sie ihn gar nicht hasst ne und jetzt wundert sie sich ob das jetzt also dass das jetzt Liebe ist ne also sie 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 wirklich wird richtig rot und merkt das ja und sie versteht es jetzt sie versteht es jetzt und auch dass dass das alles Sinn ergibt und dass ohne Liebe dass man sich einsam fühlt und ja dann sieht man noch äh Chaos unter Wasser sie sagt noch sie hat Hunger sie ist dabei gerade Fische zu fressen wieder ja und sie will immer schnell essen 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 nur noch und ja das ist wahrscheinlich Foreshadowing ja was interessant ist weil das ja auch irgendwie ein bisschen so fast schon Real-Life äh Vibes hat dass wenn du wenn du äh hier Herzschmerzerlebnisse hast dass dass ja viele sich neigen dazu Frust zu fressen ne das musst du ja auch dran denken ähm noch ein kleiner äh Satz äh zu dem Kapitel ähm diese ganze Hundegeschichte so wie die aufgebaut ist und so weiter ähm das ist natürlich ganz klar für die Leute die das oder wissen oder kennen in Japan gab's ne nicht allzu lange Zeit aber dafür eine sehr intensive Zeit mit so einem Boom von ähm Hunde Abenteuermanga oh ja es gibt ja auch hier ganz berühmten hier A Dog of Flanders hier ähm diese diese eine Geschichte da aus die komischerweise das ist eine Linie eine niederländische Geschichte die äh die in den Niederlanden gar nicht so bekannt ist aber in Japan voll geboomt hat also die die kennt jeder da mit dem einen Mann und dem dem Jungen und dem Hund und äh dass die zusammen erfrieren am Ende irgendwie ach die äh das ist nur das ist nur der Junge der Junge der auf Reisen geht weil er nach seiner Mutter sucht oder sowas ja ja genau ne 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 ich meine jetzt wirklich reine Hundegeschichte also es gibt so eine ganz bekannte Manga Reihe ich glaube wenn mich nicht alles täuscht ihr müsst auf dem Cover auf irgendeinem Cover äh auf den ersten so eine Art blauer Hund sein also das ist so der Hauptprotagonist damit der so ein bisschen hervorsticht und das geht nur um Hunde also die die Welt von Streunern oder Wildhunden quasi die irgendwie in die Stadt kommen dann wieder vor Menschen fliehen äh sich durchs Leben jagen beißen und gegen andere Hunde oder auch es gibt ja auch hier Isle of Dogs ist ja auch ganz beliebt japanischer Film japanische Geschichte mit diesen äh diesen Streunern da so ein Stop-Motion animierter Film ist das oh der ist aber noch nicht so alt ne ne genau ja stimmt ja ich sag mir was ja ja sowas genau einfach so diese Richtung so wir haben quasi nur ist es ein Unterschied zwischen dem und diesem alten Manga oder Anime auch ähm ist es so dass du quasi ein Battle Shonen mehr oder minder hast oder halt halt so ein Abenteuer Action Shonen manchmal auch Szenen je nach äh gibt es auch welche äh wo du aber einfach anstatt menschliche Charaktere einfach Hunde hast und unterschiedliche Hunderassen und die auch unterschiedliche Talente haben weißt der eine ist schneller der andere ist ein bisschen smarter und und so weiter und die meistens in der Gruppierung und meistens gegen irgendwelche bösen Menschen ja ja sich irgendwie zur Wehr setzen und einfach ein Abenteuer erleben innerhalb eines Hundekosmos sozusagen und aus der Sicht eines Hundes und so muss man sich das vorstellen das ist quasi Hunter Hunter mit Hunden also auch auch teilweise brutal ne weil Tierwelt ist ja schon manchmal ziemlich ja ja klar und halt auch mit diesen ich sag mal diesen leicht überdramatisierten Geschichten so dieses lass mich liegen und so genau so was und deswegen ist mir so so nachhinein aufgefallen dass das vielleicht durchaus eine Anspielung sein könnte weil wenn man überlegt wie alt oder in welchem Alter Suminaski ungefähr ist und zu dem Zeitpunkt wo diese Geschichten quasi groß waren da war er halt Kind oder ganz junger heranwachsender so dementsprechend denke ich dass er das weil es in Japan auch ein große großes Ding war denke ich dass er das mitbekommen hat und ich denke das hat sich da auch irgendwie reingespielt so ja wenn es nicht sogar die Geschichte heute noch gibt in irgendeiner Form also ich meine dass es sogar noch irgendeinen halbwegs aktiven Hundemanga gibt in der Richtung es gibt ja Katzenmanga aber die sind ja meistens eher so die Yashuke Slice of Life alles ist cute und wholesome Geschichten so ne wie Chi Katze Chi oder sowas die sind ja meistens eher harmlos und die Hundemanga hingegen sind eher Watership Down unten am Fluss ja ja genau genau das ist eher so keine Ahnung das ist ja irgendwie auch so ähm eigentlich ist das ganz komisch ähm das war auch immer in der Kindheit immer so Katzen waren immer Mädchen und äh Hunde sind immer Jungs also so für Jungs in dem Sinne ne das ist immer irgendwie ganz komisch gewesen und heute im Internet realisierst du alle lieben Katzen ja alle lieben alle lieben Katzen und alle lieben Hunde genau ja ja siehst du mal was da was sich da für Abgründe auftun aber ja das Kapitel äh muss ich auch sagen ähm hat für mich Astra ja nochmal also gerade lustigerweise dieses dämliche Hundekapitel hat mich irgendwie dazu gebracht zu sagen also ja also Ikaros ist für mich schon ist schon irgendwie Waifu weil sie ist halt auch irgendwo eben halt ein wichtiger Hauptbestandteil der Reihe und das wird sicherlich noch wichtig aber irgendwie Astraea ist sehr sehr hochgewandert in dem Kapitel für mich auch emotional ich schon gedacht so sie ist schon sie ist schon irgendwie eine cute eine ganz liebe ja also ich denke mal das rührt auch jetzt dass sie das jetzt jetzt hat sie es ja irgendwie gerafft und kann sich das irgendwie auch eingestehen ich denke mal sie ist auch sie wird auch eine von denen jetzt sein die da relativ offen mit umgehen kann also jetzt zwar langsam ja weil sie ja dumm ist auch weil sie erstens weil sie erstens und weil sie halt auch am meisten emotional Prozessor Kraft hat ne Pentium Pentium I ja emotional ja dann ich wollte gerade sagen dann mach mal Kapitel 49 ja ja danke bloß nicht arbeiten ja dann mach ich mal Kapitel 49 die Sakura ist Mensch erkennt sie nicht das ist wie so ein ist so ein Sitcom ja genau ähm ja er fragt er wird halt von Hiyori so gefragt sag mal jetzt mal ohne jetzt mal ohne Flachs hier äh Tomoki wo sind eigentlich deine Eltern ja der meinte halt so ja die ist eine gute Frage haben sich einige wohl gefragt aber und er meinte halt so ja die haben halt gesagt die wollten eine Weltreise machen und das war an seinem 10. Geburtstag da ist er zurück nach der Schule und dann war der Zettel und da stand drauf du bist nun 10 Jahre alt und ein richtiger Erwachsener und daher gehen wir jetzt auf eine Weltreise bis später ja ach ja Glückwunsch zum Geburtstag und äh das war das war sein Erlebnis als seine Eltern damals mit 10 gegangen sind und seitdem hat er das Haus alleine und ja sie überweisen hin und wieder mal Geld genau ähm wieder so eine schöne Theorie weil das ist so was wo normalerweise jetzt nicht passieren würde in einem normalen Haushalt und schon längst irgendjemand da drüber geguckt hätte oder hätte Tomoki irgendeinen Erwachsenen gegeben also wenn die Schule das die würde das irgendwann rauskriegen und dann spätestens dann weil in Japan ist das so ein Ding wenn die Schule das rauskriegt sind die aktiv dafür nicht verantwortlich aber die fühlen sich dann zuständig jemanden zu finden bei dem der Junge dann unterkommt oder sowas dementsprechend ist das auch allein schon aus einer japanischen Sicht einfach eine komplette Utopie was hier stattfindet ja ja genau und das ist schon wieder etwas wo du so ein bisschen wieder so hm okay das ist eigentlich schon seltsam wenn man drüber nachdenkt man hat das vorher nie in Frage gestellt so richtig weil es auch irgendwie egal war ob da jetzt Eltern sind oder nicht aber wenn man sich so überlegt der war jetzt schon eine sehr sehr lange Zeit einfach alleine und die Eltern sind auch welcher 70 Jahre und nobody cares so ne ja ja und jetzt in diesem Kapitel fängt Hiyori einfach an mal zu fragen wo man auch dazu sagen kann dass Hiyori ja jemand ist der von außerhalb kommt ja genau der ist nicht mal einer wahrscheinlich ist das da in dieser Welt ist das das Normalste von allen und sie denkt halt irgendwie ist das komisch genau weil sie ja dieses Hintergrundwissen hat ja ja genau und ja genau dann kriegen wir eben halt diese Geschichte und man denkt so okay alles klar dann aber Hiyori meinte so ja fühlst du dich nicht einsam und Tomoki meint so ja so ehrlich gesagt will ich mit denen nichts zu tun haben und kaum in dem Moment taucht eine wild gewordene ein wild gewordenes Mädchen so hab ich äh wahrgenommen äh auf die einfach hinter ja Mädchenröcken in der Schule hinterher ist also ganz kurz warum Astrea ähm die ganze Zeit äh achso Astrea hat mitgeholfen bei Hiyori die Ernte zu machen aber sie sieht eher aus wie ein Höschen Dieb da hab ich jetzt auch gedacht aber ich glaube das ist eher so dieses Haar abdecken wegen dem wegen dem äh Rüben rausrum ja okay ja oder sie hat's halt wirklich geklaut oder sie hat oder sie hat die Rüben geklaut ja warte mal sie hat ja sie hat ja da oh vorne sie hat ja die Rüben da in der Hand na guck mal die Rüben und die Seile sind so angeordnet wie so eine Seilleiter wie so eine Strickleiter ja oh mein Gott ich hinterfrage nicht was da was da passiert ist oder was da was sie damit vorhat auf jeden Fall kommt da dieses diese junge Frau da und wie gesagt es sieht im Grunde aus wie Tomoki reagiert wie Tomoki ja guckt Mädels hinterher wie Tomoki und er dreht sie einfach nur rum wird sehr betröppelt und fragt was machst du denn da Mama und dann also Mama und dann ja hast du eben halt ja das ist auch wieder so äh das ist wieder ich finde ja ich schweife mal ab aber das ist wieder so ein Beweis für mich für die für die Simulationstheorie ja ne weil es so gerade in dem Moment wo sie drüber redet und so ne und so ne so ne so ne Simulation die würde sich ja nach ihren Leuten richten die da innen drin ist und dann vielleicht dementsprechend sich auch umgestalten und das ist halt wieder viel zu krasser Zufall ja brutal das ist einfach schon wieder viel zu gestaged ja genau aber nicht so im Sinne von wie ah guck mal Mangaka hier keine Ahnung macht das jetzt einfach so als Einleitung ja weil weil ihm nichts besseres einfällt das einzuleiten und das wirkt recht schwach wir haben zu viel davon und ja auch vor allem zu viel auffälliges zu auffälliges ja und in Kombination mit dem Plot das kann kein Zufall sein ja genau das es ist es ist Zufall aber berechneter Zufall so komisch das auch klingt jetzt ähm und ja wir kriegen nachher mal den den Stammbaum der Familie das äh ich weiß ab wo man jetzt sich auch fragt wieder ist das so ne relevante Info dass wir die so bekommen ja weil nein 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 hör mich hör mich an ähm weil nämlich ähm wir kriegen ja quasi folgendes gesagt ähm das ist ja so wir hatten vorher zwei Sakurais die haben ne Tochter nee warte mal nee die doch die haben einen Jungen gekriegt und der Junge hat mit einer anderen mit einem anderen Mädchen von außerhalb zusammen die haben geheiratet und daraus ist die Mutter von Tomoki entstanden und die hat jemand von außerhalb geheiratet oder ja verstehe ich das jetzt richtig ich glaube ja ich weiß nicht worauf du hinaus willst nee warte mal Tomokis Papa Tsutsumi hat in die Familie eingeheiratet genau 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 so also dieser der Vater Tsutsumi der kommt von außerhalb der gehört also nicht zu dieser Blutlinie der Sakurais die Mutter schon ich habe noch keine Theorie aber ich finde es irgendwie interessant dass wir diesen doch vermeintlich langweiligen Stammbaum gezeigt bekommen der null der null dazu beitragt zum Kapitel zum überhaupt was bringt mir das jetzt das zu wissen so ne das wirkt total random irgendwie also nicht dass ich was gegen einen Stammbaum habe aber ich habe so das Gefühl wenn du jetzt kommst mit dieser Sakurai Familie und Tomoki der vielleicht hier keine Ahnung Neo ist oder sowas ich komme nicht irgendwie von dem Gedanken weg dass es mit der Familie noch was auf sich hat in irgendeiner Form weißt du nur mal angenommen ganz schräge Vermutung die Sakurais sind die die diese ganze Simulationsgeschichte aufgebaut haben oh Gott das wäre ja schrecklich aber es würde ja allein vom Inhalt her passen wenn die Mutter auch schon so crazy ist es ist nur eine Vermutung weil du weißt ja nichts von denen davor und wie lange das schon geht ne und warum weißt du oder zum Beispiel warum kriegst du Takamiya Tomo Tomoso und Katae gezeigt und nichts weiter davor weil wenn er übertreiben würde dann würde er einen riesigen Baum zeigen naja klar aber da zeigt er nur so einen ganz kleinen kleinen Part davon und das macht mich irgendwie stutzig das ist ich weiß nicht egal ich wollte es nur mal erwähnen vielleicht wenn ich in Zukunft wenn das nochmal auftaucht dann fühle ich mich vielleicht bestätigt oder ich habe halt wieder oder das sollte irgendwie nur ein Witz sein den wir nicht kapieren das kann natürlich auch sein das ist alles möglich es ist immerhin Japan ja da versteht man oft auch nichts vielleicht sind auch irgendwelche Schriftzeichen da drin versammelt die ein Wortspieler geben da steht ja auch der Stammbaum der Sakurai ist in dieser Familie werden Traditionen an nur ein Kind weitergegeben ja das heißt und sie haben auch nur ein Kind ja genau ja keine Ahnung auf jeden Fall das ist die Mutter die stellt sich vor ist halt so eine wie soll man sagen so eine Mischung aus es ist so eine Bishojo Mutter also nicht eine Sinne von Milf per se sondern mehr so also diese bin schon etwas älter aber reif und immer noch attraktiv und so weiter sondern eher so die Richtung die mag vielleicht ein gewisses Alter haben sieht aber im Grunde aus wie eine langgezogene Schülerin ja genau also ich meine sie sieht eigentlich aus wie Tomokis weibliche Form mit ein bisschen paar Kopfgröße oder so ja genau und mehr Hüfte ja ein bisschen ein bisschen mehr Hüfte und ja die die Kaya die geht dann halt steil die fangt dann erstmal an die Brüste zu durchkneten von diversen Mädels weil das ist wohl Ding was sie liebt und ja genau und dann irgendwie so das erste Mal dass die Mutter jetzt auftaucht und die fangt an alle zu begrapschen aber auch die Angeloiden die sehen dass die eindeutig Flügel hat und Tomoki meint dann ja sag mal also mein Brüste schön und gut ich verstehe das ja aber findest du es nicht viel bemerkenswerter dass sie Flügel haben ich meine Flügel und komischerweise interessiert sie das auch nicht wirklich also das kannst du jetzt als Humor nehmen oder als eine Selbstverständlichkeit das ist auch sowas also sie sagt dann halt kümmere dich nicht um die Flügel die wichtigere Dinge so nach dem Motto so ist mir doch egal ob die Flügel haben ja genau so wie die haben die haben Knödel vorne und das reicht nur so nach dem Motto wie gesagt man kann es aber auch anders deuten wieder so dass das einfach so dass das nichts Besonderes ist so quasi deswegen auch gar nicht erwähnt wird groß und ja dann kommt natürlich Sugata noch rein ich finde das ich finde das so fies wie sie Nymph behandelt dich brauche ich nicht achso ja stimmt ja so wie Tomoki halt ne so alle angrapschen und dann bei ihr ja ja ist ja noch ein Kiel ja und dann kommt Sugata rein und meint dann halt so wow das endet dir ja total ne wurscht und genau in dem Moment verliebt sich jemand du solltest lieber aufpassen selbst weil er sagte ja verliebt sich jemand ganz stark und zwar die Mutter äh sieht in Sugata einfach einen richtig heißen Feger und meint wie eine blühende Feldblume erstaunlich ausgerechnet hier ist so ein schöner Mann heirate mich ja also sie hat zwar sie hat zwar so diese diese Energien so dass sie hübsche Mädchen mag und vor allem je größer desto besser aber in ihr steckt doch die Frau die einfach Bock hat auf Bishonen ja und ähm ja sie würde halt direkt Sugata gleich heiraten und der keine Ahnung der ist jetzt nicht so also der sagt jetzt nichts dazu aber du merkst halt irgendwie dass der so mit der Situation der weiß jetzt glaube ich nicht so ganz was er davon halten soll aber er spielt halt mal mit und ähm ja die Mutter will halt gleich auf ein Date so straight so ach komm ich ich hätte jetzt Lust auf ein Date so klack und auf einmal hörst du im Hintergrund so krr 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 im Hintergrund sitzt und, oh mein Gott, meine Stimme ist gerade, die verliert sich gerade. Die Mikako im Hintergrund sitzt und einfach währenddessen so ja, wirklich die ganze T-Tasse in Splittern in der Hand hat, weil sie sie einfach vor Wut zerdrückt hat und meint dann nur ein Date mit Aiko und ein Date, ja. Und aus irgendeinem Grund vermöbelt sie Ja, sie kann ja nicht seine Mutter vermöbeln, deswegen vermöbeln sie einfach mal das, was am nächsten dran ist. Von der Blutlinie am nächsten dran ist. Genau. Und und ja, man das ist schon mal was ganz Interessantes finde ich, weil man merkt dadurch aus dann ein paar Liebeleien so, ne, also wir haben es ja schon vermutet. Ja, ja, klar. Aber wenn sie jetzt eifersüchtig wird auf die Mutter dann ja, dann dann ist da definitiv was am Argen und als wäre es nicht schon genug schleift sie Tomoki halt auch noch zur Schule und vermöbelt ihn halt auch weiter mit einem blutigen Baseballschläger. Das ist Und stacheligen Baseballs. Ne, sie sind tatsächlich abgedeckt, das sind Nägel die man noch stumm also die man noch nach unten schlägt. Ja, in dem in dem in dem Schläger ja aber sie hat auch noch die Bälle selber mit Stacheln dran. Ach so, diese Baseball Ja, stimmt Die hat sie wahrscheinlich die hat sie wahrscheinlich auf ihn auf ihn drauf gefeuert. Noch zusätzlich, ja. Stimmt sich. Hier habe ich komplett ignoriert die Bälle, ja oh mein Gott. Ja, und das interessiert die Mutter aber nicht besonders sondern die fragt halt gleich wann wann die nächste Hochzeitsfeier ist und ja, genau und genau und Tomoki will halt die ganze Zeit dazwischen gehen und seine Mutter meint dann so Och ja, hab dich doch nicht so flirte mal lieber mit deiner Freundin und im Hintergrund siehst du die Freundin Mikako wie sie so zwei wie nennt man diese Teile ähm wie heißen die Morgensterne Ja, genau so Streitkolben ja, genau mit so einem Pfeil Freundin Das ist nicht meine Freundin sagt er dann Ja, genau ja, dann fängt sie ihn an Econ zu nennen also er sie überspringt ein paar Steps könnte man fast sagen oder wie gesagt sie springt hin und her weil zum einen will sie ein Date dann will sie ihn heiraten und dann fängt sie ihn an Econ zu nennen das ist ja auch so ein bisschen eine verzerrte Angelegenheit wenn du das so in der Reihenfolge machen würdest und genau und jetzt denkt er so oh fuck jetzt ist alles vorbei ich hab verloren die Mutter hört ja nicht auf mich die macht ja nur das was sie denkt äh ich hab da ja nichts zu sagen und mein letztes Stündlein hat geschlagen und und dann fragt Mika Kuin freust du dich eigentlich dass deine Mutter wieder da ist und dann und er denkt dann hm äh ich weiß nicht und ich hab dich ein wenig beneidet weil ich keine Mutter habe und das ist auch etwas wo ich mir gedacht habe das wurde auch nicht wirklich erklärt also gezeigt dass sie keine Mutter hat also dass Mikako keine Mutter hat ne ne wir wissen ja dass sie einen Vater hat mhm aber ich dachte dass irgendwann die Mutter halt auch noch vorgestellt wird ähnlich wie bei ihm aber ja und äh sie wäre vielleicht sogar froh ihre Mutter zu sehen mhm vielleicht ist sie gestorben ja das kann so wäre wahrscheinlich das nächstliegendste meiner Sicht ja denke ich mal ja vielleicht war sie ist sie auch ein Angeloid oder war mal einer mhm äh ist ja immerhin die Familie die was mit diesen Engeln irgendwie zu tun haben mhm wissen ja mal wie der Lore und so wie der 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 Onsen Lore ja genau die lässt mich immer noch nicht los das ist immer noch so was wo ich mir denke ne das ist äh ich glaub nicht an Zufälle mittlerweile und äh ja du merkst dann halt wie Tomoki dann so meint ja ist auch nicht wirklich froh aber er ist erleichtert dass es ihr gut geht und ja ne und die Mutter merkt dann halt auch das ist aber schön dass mein junger Sohnemann sich noch so um mich so sorgt und kümmert und dann geht sie aber so straight in komplett anderen Modus also Mikagur meint ach ist doch ist doch nervig so ne Familie irgendwie so voll anstrengend da mal schmollt man dann ist man wieder mal nett zusammen und dann sagt er sagt sie ich hätte euch von Anfang an alle umbringen sollen ja genau ja guck mal das ist auch wieder so was spricht sie spricht sie da direkt den Familienstamm von Tomoki an ja 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 hab ich auch so das Gefühl ja und wir kennen ja schon ihre komische diesen komischen Drang zur zu Überdramatisierung und viel Gewalt und und Militär und Yakuza und so weiter aber trotzdem so dieser eine Part wo er wo sie ihn ernsthaft fragt ob er sich freut dass die Mutter wieder da ist so wie als hätte man das jetzt einprogrammiert dass er so kommt und dann um zu gucken oder um ihm gefallen zu tun wie so sowas quasi und so dann noch nachzufragen und wie hat es dir gefallen was wir so gemacht haben oder so für dich bereithalten ja so so genau ja ja so hat sich so fühlt sich das an vor allem wie sie da auch noch so über ihm steht ähm ganz komisch und dann macht sie zwar wieder einen so auf so äh ist doch nervig so eine Familie so ein bisschen vielleicht auch so zündere so nach dem Motto ich überschatte ich tu meine Gefühle überschatten oder sowas aber dann zu sagen ich hätte euch von Anfang an alle umbringen sollen das ist schon wieder sowas wo ich denke ja das was jetzt kommt ist natürlich wieder super lustig weil wir einfach ein komplettes Zweiseiter sehen wie einfach eine mega Armee an Panzer Armee Hubbewaffnet mit Raketenbewaffneten Hubschrauber Antanzen aus dem Nichts auch wieder die sind einfach da möchte ich nur mal hinzufügen du kannst jetzt natürlich Humor auch wieder sehen aber wie gesagt das ist alles irgendwie immer so so spontan alles und es ist alles da aus irgendeinem Grund sind das alles russische Hubschrauber und Pampanzer auch echt? ja das würde aber ganz gut zu ihrem Outfit passen irgendwie ja ne ja genau dachte ich auch grad stimmt mit diesem eleganten Winteroutfit da vielleicht ist sie ja auch halb Russin halb Japaner ja wer weiß oder sie hatte halt Connections zu Putin oder so ja wahrscheinlich dann Putin oder sowas genau oder oder es ist P und dann N am Ende mit so einem schwarzen zwischen den Augen so dass man nicht weiß wer das sein könnte ja genau äh und ja und natürlich lässt sie halt das komplette Feuer das komplette Bataillon ab abfeuern und äh sämtliche Raketen und Panzer einschützen und so weiter zerbersten die zwei als Ziele und die beiden hauen ab und sie hören beide eine Stimme die sagt wartet oder besser gesagt wartet und dann siehst du den Opa by the way warte mal der Opa nur mal ein Funfact der müsste ja also sie sagt ja Papa zu ihm ja ja genau der müsste Tomo das müsste dann Tomo Su sein das ist so ein erstaunlich dummer Name ja ach warte mal die hat oh Gott ich bin so dumm gell die heißen ja alle mit Tomo irgendwas am Anfang ja ja genau außer die reingeheirateten außer die reingeheirateten die heißen die natürlich anders oh mein Gott wie dumm okay ja verstehe alles klar dann haben wir den auch wieder gelöst und ja da kommt dann so wie so eine Art Geistererscheinung und sagt ihr flieht und ihr wollt Sakurai sein und angesichts einer wunderbar eines angesichts eines wunderbaren jungen Mannes und einer tollen jungen Frau ist euch euer Leben lieber und ihr flieht so richtig total enttäuscht total enttäuscht und dann gucken beide auf die gut bestückte Mikako ein bisschen genauer ums genau zu sagen und realisieren dass sie großen Fehler gemacht haben es ist einfach sie sind Mitglieder der Familie Sakurai und ja die können da nicht einfach aufhören nicht als Sakurai sowas macht man nicht und dann haben beide so ein keine Ahnung so ein Fist of the North Star Moment aber Kugelhage aber irgendwie zischt alles nur an ihm vorbei runter gucken man sieht die Augen nicht sie haben sie die Hand offen in dieser Position stehen so da und sagen nein für uns gibt's kein für uns gibt's nur eine Richtung und zwar vorwärts und dann weichen sie den Kugeln aus wie keine Ahnung Jojo Bizarre Adventure mäßig und haben dann auch so Blitze in den Augen als würden sie jetzt gleich einen Rasen Garn machen oder so das ist alles Anspielung auf irgendwas garantiert und dann greifen sie an im wahrsten Sinne des Wortes und zwar fangen sie an beide in so einen Chibi-Modus zu gehen und belästigen halt mal wieder Mädels weil das ist wohl das einzige was sie was diese Familie kann das ist so dieses eine Talent was sie scheinbar können ja hier Tomoki beläst oder rächt sich an Mikako die Mutter genießt so ziemlich alles was da existiert ähm schön kleiner Funfact mag ich dass Sugata in dem Moment das realisiert und abhaut ja genau so nach dem Motto ich opfer euch ich hau jetzt hier ab run run dann natürlich noch ein paar Mädels die einfach so in der Gegend rumstehen oder sowas und dann treffen sie auf ihre Nemesis was übrigens mir auch suggeriert dass er am Ende mit Sohara zusammenkommt weil das ist einfach es fühlt sich an wie Schicksal ja 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 weißt du ja wir sehen zum ersten Mal den Mann ja Tomokis Vater Tomokis Vater der sieht der hat erstaunliche Ähnlichkeiten mit Sugata deswegen würde ich mal vermuten das ist der Grund warum die Mutter sich so verliebt hat ja genau ja und beide ja sind so quasi oder treffen auf ihre Archnemesis sozusagen ähm weil Tomokis trifft auch noch auf Sohara natürlich natürlich wer soll es denn auch anders sein und sie sie wollen sich entschuldigen aber wissen in dem Moment schon ganz genau ne das ist vorbei wir kennen die Situation ja die Handkantenschläge so geladen beide haben vor allem beide ne also auch der Vater geht so in die Richtung Sohara und lädt sein seine Handkante auf und die beiden sehen nur noch so ich mag diesen Blick irgendwie dieses so von du siehst diese Handkante und so von unten gucken gucken die zwei so herauf wir haben unser Schicksal akzeptiert genau so das kommt mir bekannt vor und genau der Opa ist stolz auf sein auf seine Familie sozusagen ja und aber in dem Moment passiert es und die Handkanten fliegen nach unten und ja Schnitt sag ich mal dann sehen wir Icarus wie sie in einem Kleid in einem bei einem Friedhof erscheint und dort an einem großen Grab Grabstein Stopp macht ein wie heißen die noch mal ein Duft Duftstäbchen anzündet Räucherstäbchen ein ja stimmt Räucherstäbchen nicht Duft Räucherstäbchen und Blumen hinlegt und vor einem großen Grabstein betet und gedenkt wo da einfach nur drauf steht Grab der Familie Sakurai also quasi ist der Opa auch noch mit drin oder was alle das ist ein Familiengrab das gibt es ja Familiengrab ruhet in Frieden ihr Sakurai ja und damit endet Sorano Otoshimono weil die sind ja wohl offiziell gestorben Sugata wird auch noch hingerichtet der wird auch noch genau der wird geknebelt gefesselt mit Seilen und mit einer Pumpgun das ist ziemlich gefährlich das ist ziemlich gefährlich mit einer Pumpgun so ins Gesicht gehalten Mikako hat da wahrscheinlich paar Fragen oder aber er er tut ich weiß nicht was soll das so gering ich glaube er schüttelt den Kopf ne also als würde er so sagen nee nee da war nix das ist nix ich kann da nix für ich kann da nix ein sehr strangers Kapitel oh ja oh ja wo ich nicht weiß was er damit also ich glaube da kommen wir nochmal zurück aber ich weiß zum aktuellen Zeitpunkt nicht was er vorhat mit diesem Kapitel ich weiß es wirklich nicht ich find's nur halt auch wieder interessant dass also könntest du dir vorstellen dass es nicht nur ein Gag war sondern dass einfach für dieser Part jetzt wirklich die gestorben sind wie das ich weiß es nicht nee wie das vielleicht keine Ahnung wie das jetzt dargestellt werden soll vielleicht man kann auch sagen Icarus geht da nur hin um für den Opa zu beten und das keine Ahnung ja ist schon ein bisschen seltsam es ist halt seltsam es könnte es könnte auch so ein Higurashi Ding sein weißt du wo sich das immer wieder wiederholt auch ja wo sich das ja das sagten wir ja schon mal dass sich das immer wieder resetet weil das Haus ist ja auch immer wieder alles und wenn dann Tomoki stirbt in der nächsten Episode wieder lebt ist ja alles in Ordnung er wurde ja auch schon zerschnitten und alles mögliche oh by the way du kannst ja dann mit dem letzten Kapitel fortfahren und da sehen wir ja ziemlich dass das nahtlos weitergeht tatsächlich ja ja genau stimmt ja auf jeden Fall wir sind bei Tomoki zu Hause und er wurde gerade er ist gerade gerade aufgestanden putzt sich noch die Zähne und dann hey Mama und dann findet er nur einen Zettel da steht drauf russische Mädels sind heiß und daher ja mach's gut Tomoyo mach's gut gezeichnet Tomoyo ja ja und dann hat sein Vater hat noch was drunter geschrieben ich versuche Mama zu fassen zu kriegen äh zu 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 mi also sie will wahrscheinlich jetzt nach Russland wahrscheinlich weil sie da die die russische Armee gesehen hat oder so wer weiß ja ähm gut auf jeden Fall ähm äh das wundert sich dann wie viele Jahre das wieder dauert und äh steht noch PPS deine Sexhäftchen ja gut die sind alle weg sein sein Schatz seine Sammlung ist weg den hat die Mutter einfach eingesackt die hatte sich jetzt für sich eingeheimst das macht ihn natürlich äh total fertig aber gut er dachte von wegen wenn du meinst das war mein richtiger Schatz ne sein sein richtiger Schatz kommt erst noch weil es steht an dieser komische äh Tag der in Anime und Manga irgendwie immer auftaucht und äh wenn man denn mal tatsächlich Leute fragt heißt es das existiert so gar nicht ähm das ist die Messung der Körperdaten das heißt ähm dieser Checkup Tag den die in der Schule haben wo alle möglichen äh Maße genommen werden ja was heißt das existiert schon aber aber es existiert also ich glaube so wie das halt noch irgendwie die immer dargestellt wird in Anime Manga so war das mal damals und also eine Zeit lang und deswegen hat sich das so etabliert ach so okay ja und scheinbar ist auch geblieben halt so wie ey ist genau das gleiche wie oben auf dem Dach keine keinerlei ähm irgendwie Schutz oder sowas ja oder oder hier Suizidschutz oder sowas diese diese Sport Sportblume die gibt's ja auch nicht mehr schon länger ich glaub das sind genau das sind alles so ein bisschen ältere Sachen ich glaube aber es kommt immer auch auf die Schulen an weil in Japan sind ja die Schulen fast schon wie ein eigenes wie ein eigenes Land ja ja genau so ein eigenes System ja die haben eigene Regeln die haben eigene Klamotten die können im Grunde alles bestimmen was die so ne wenn es irgendwie konform wenn es akzeptiert wird machen können die das machen da können die halt genauso gut auch Blumen immer noch tragen so klar können sich dann Eltern oder Schüler oder so beschweren ähm das vielleicht kann das auch wieder rückgängig gemacht werden die Regel aber die können das einführen ne und ähm ich denke insofern ist es immer so ein bisschen so ja es existiert nicht mehr in dem Ausmaße aber es wird schon Schulen geben die das noch so machen aber so wie ich das mitbekommen habe ist es so dass die meisten Schulen mittlerweile das eher vereinzelt machen also das heißt jetzt nicht dass irgendwie alle Mädels in einen Raum kommen und dann ist da ein Typ oder eine Frau und die nimmt einmal komplett von allen die Maße an dem Tag sondern das ist mehr oder minder so ein ich glaube jeder kriegt so einen Termin oder sowas okay und die kommen dann zu unterschiedlichen Tagen und Zeiten dahin ja meistens macht es ja die Krankenschwester die da vor Ort irgendwie ist ne die Schulschwester oder ja es ist aber auch wieder so 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 ein Sinnbild der japanischen Schulkultur weil vieles beruht daher auf Konformität wie gesagt und äh teilweise auch Losstellung um jetzt zum Beispiel äh hast du gut zugenommen ne musst du mal ein bisschen Finger im Hals machen ne äh ja ne ne auf jeden Fall ähm das ist der der große Tag wo diese Daten aufgenommen werden und äh er sehnt sich dem schon entgegen und da hat er ja schon sein sein äh Angel-Leute-Gerät da den Quantentransformator hat er schon ausgepackt der ist ja ganz praktisch dafür aber ja der wird dann auch gleich beschlagnahmt von Mitski und äh das das bringt seinen Plan natürlich völlig durcheinander äh er weiß nicht was er machen soll aber er wendet sich an Sugata und erzählt ihm wieder dass es einen neuen Kontinent gibt den man erforschen muss aus irgendeinem Grund macht Sugata so so äh äh schlau und äh besinnt er doch immer ist er macht er einfach mit ja wir hatten das ja schon mal ja genau wie immer dass er quasi überzeugt wurde mit dem neuen Kontinent das ist ja nix neues ja nimmst du noch mein Headset ist abgefallen weil ich mir im Ohr kratzen wollte das ist fatal das solltest du nicht tun das ist unangenehm nie wieder kratzen ja ja äh äh ich hab ne Vermutung warum dieses Kapitel existiert mhm ich glaub halt manchmal will wenn so ich kann das auch verstehen wenn du ein Manga Cup bist und du hast ne Reihe und ähm du zeichnest die Kapitel für Kapitel und du hast natürlich deine Characters die du so hast ne aber die zeichnest du halt gefühlt wie oft drölf Millionen Mal und ich glaube gerade bei diesen ich mein das sieht man auch weil das ist immens gut gezeichnet also so also detailliert gezeichnet für NPCs ja ähm sag ich's mal er hat einfach hier ein Kapitel wo er halt einfach mal random Mädel Charaktere zeichnen kann einfach so wie er grad Bock hat unterschiedliche Körbchengrößen Haarfarben Frisuren scheiß drauf so ne der kann da einfach all in gehen der kann ja so ein bisschen seine Pseudo Ero Manga Ja ja ausleben auch so und ich denke und ich denke der hat einfach Spaß dran der weiß dass es gut ankommt bei den Lesern ja sowieso und dann macht er halt ab und zu mal sowas und das ist halt das ultimative Kapitel für sowas das könnte auch genauso gut ne Beach Episode sein ja ja so gesehen aber die Episoden sind glaube ich immer noch mal ein bisschen würziger würde ich sagen Beach Episoden sind immer so die sind auch immer oftmals mit der Story verwoben oder es sind halt die typischen Main Charakter die dann einfach in Bikinis rumlaufen oder sowas und ein seltsames Abenteuer erleben aber das ist noch mal das ist noch mal mehr Gewürz weil da sind ganz ganz viele Mädels in einem äh in einem Raum die sich irgendwie betatschen lassen mehr oder minder und für Spanner und so weiter ich denke das ist so sein Ding da hat er Bock drauf und das will er zeichnen das merkt man schon ja genau naja auf jeden Fall dann beginnt jetzt die Operation äh neuer Kontinent neuer Kontinent genau ja ähm das geht los in der Schule ähm die ganzen Mädels sind natürlich alle schon da in allen Formen und Farben wollte ich schon sagen ja ähm und äh sie warten halt darauf vermessen zu werden und äh aus irgendeinem Grund ist die Ärztin die dafür zuständig ist die Krankenschwester nicht da deswegen übernimmt Ikaros das es es stört auch irgendwie keinen wirklich es wird ein bisschen drüber nachgedacht aber es wird einfach so angenommen ähm ja gut ähm aber ähm das hat natürlich alles einen Hintergrund weil Ikaros das ist ja Komplizien in dem Fall Tomoki ist äh in einem im hinter so einem Vorhang in einem Bett liegt er und ähm hat ein Headset auf und äh den hier den Infinity Glove äh den hat er ja genau stimmt ja und damit kann er mit diesen Handschuhen äh kann er genau fühlen was Ikaros gerade in den Händen hat ja beziehungsweise er steuert quasi die Hände von Ikaros ja das das kommt auch dazu genau und er kann das auch fühlen und äh steuert sie quasi übrigens noch noch ganz kurz äh erwähnt der äh Sohara kommt deswegen nicht an also sie kommt halt raus also er hat als Ärztin Ikaros und meint dann so pssst und die fragt so hä was ist denn los und er sagt ja da hinten liegt jemand dem ist schlecht geworden und und dann macht Sohara so ach so oh Entschuldigung und dann so oh und dann dann wollen sie halt nicht mehr stören und 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 dementsprechend ja das ist halt so das ist halt so geil weil er damit automatisch so dieses ultimative Versteck hat wo sie sich jetzt nicht mehr reintraut weil das wäre ja respektlos wenn sie da jetzt nochmal hingeht ne ich mag das einfach dieses pssst wie Ikaros so pssst macht und Sohara so oh sorry sorry dabei ist es praktisch provokiert ne gut auf jeden Fall man kann das jetzt so sehen Sugata ist seine Augen und Ikaros ist seine Hände und er ist quasi voll dabei ohne dabei zu sein auf jeden Fall Sugata sitzt am Spähposten mit einem Fernglas und gibt ihm immer die geschätzten Körpermaße durch ich weiß auch nicht wieso Sugata so gut daran ist ne er ist halt ein sehr naja er ist ein Analytiker ja stimmt okay er kann sehr gut beobachten und die Dinge richtig einschätzen also ich denke der denkt sich auch dabei nix das ist einfach für ihn nur logisch das sind Rundungen die also die 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 benutzen dann auch in ihrem Funk so maritim machen sie das so ein bisschen also bei ihr heißt dann immer feindliches Schiff von oben nach unten 78 52 80 vielleicht würden sie dann auch noch so sagen 78 nord 52 ost ja elevationswinkel die distanz 32 elevationswinkel 7 feuer genau das sind so also wahrscheinlich so Angaben um das geschützt auszurichten genau ja und dann äh geht geht Icarus in Anführungszeichen Tomoki ja voll in die vollen und greift rein dann misst er auch noch wie äh wie laut die Stimme ist während äh die Mädels sagt ja rufen weil sie ja von kalten Händen angetatscht werden und so und gibt dafür noch ne Note ja und dann geht's immer weiter dann haben wir schon 70 also er er tut quasi die Lautstärke aufschreiben ne ja genau 70 Dezibel ja genau dafür gibt's ne gute Leistung ja da kommt doch hier da kommt Mitzke als nächstes und das ist ein super Großkampfschiff ja und äh 90 Dezibel in der Stimme das ist schon das ist schon eine hervorragende Leistung ja da kommt sie ist sehr leise sie quietscht nur so ein bisschen 25 Dezibel aber das ist auch sehr gut in Wien ist alles sehr gut ja und so geht es dann weiter mit sämtlichen Mädels das kommt auch noch äh das kommt Nymph auch noch da kommt auch feindliches Schiff oh Moment 72 ja das ist ja fast ein Mann Tomoki nicht Tomoki das ist Verbündete Friendly Fire Friendly Fire auf jeden Fall steht er einfach da wie so wie so eine Playmobil Figur ja genau ja blub nix auf jeden Fall er hat er hat seine ganzen Daten er schwimmt in seinen ausgewerteten Daten er hat alles feinsäuberlich aufgeschrieben und äh dann sagt er ja das sind die aus dem zweiten Jahr jetzt kommen noch die aus dem ersten und äh da freut er sich dann natürlich auch schon drauf und äh Sogata sagt schon hier wäre nicht langsam Rückzug angesagt und dann äh da kommt noch jemand ne und das willste natürlich nicht und wenn die aus dem dritten Jahr kommen dann ist es over weil da ist ja die Präsidentin und dann sieht er nur so durch sein Fernglas äh eine 83 54 80 oh ja und man sieht dass das äh Mikako ist und sie die Maße kennt er doch ja sie eröffnet dann auch gleich das Feuer und sein damit ist sein Spähposten ausgeschaltet ja die schießen immer einfach die die wundern sich alle was sie denn da macht weil sie ist ja noch gar nicht dran aber sie sie hatte nach nach Sugata gesucht sie wollte eigentlich bei den Jungs gucken und einen Blick auf Sugata erhaschen aber äh er war nicht da deswegen hat er sich hat sie sich gedacht dass er bestimmt da ist ne und ja und jetzt können die ja schon dass er da gesessen hat können die ja den Braten schon riechen und äh Mitski sagte noch äh der kann nur an einem Ort sein und dann Ikaros versucht das noch versucht das noch zu verhindern jemandem ist schlecht geworden genau aber nein die äh der Vorhang geht zurück und sie sehen wie er da unter dem Bett liegt er macht auch so ein bisschen äh 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 guck mal ich blute Tomatensaft irgendwie Tomatensaft ja genau ja dann wird er verdroschen wie wir das schon kennen äh äh wenn es dir so schlecht geht musst du operiert werden heißt es ja er kriegt doch ein paar Spritzen in den 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 allerwertesten nicht den allerwertesten sondern die Juwelen die Juwelen ja und äh da geht das wieder los aus dem zensierten kleinen Kreis da wo äh seine Juwels sind trotz der Synapse genau genau da steht er nur kommt er nur du hast mich gerufen wie wir das schon mal kannten hast du mich gerufen schnell künstliche Beatmung und er da findet gerade irgendwie eine 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 Wiederbelebung statt das wird nach Wiederbelebung gefragt und Mikako will natürlich mit einer Defibrillator helfen also Elektroschocks dass die das in der Schulklinik haben ist schon witzig aber das ist schon das ist schon naja obwohl mittlerweile hast du die Dinger ja überall nee nee das hast du das ist glaube ich mittlerweile sogar Pflichtprogramm das du die drin hast ähm hier aber ich glaube das sind keine normalen ne die sind ein bisschen overcharged die sind overcharged ja auf jeden Fall danach habe ich nicht gerufen danach habe ich nicht gerufen aber du hast doch gerufen nein habe ich nicht doch hast du ja dann wird er geschockt in die Eier die ganze Schule bebt oh das ist so das war das für dich auch so ein schmerzhaftes Bild ja 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 oder das hat er voll gut rübergebracht der Blitz schlägt ein auf jeden Fall aus irgendeinem Grund wird das Wetter auf einmal ganz schlecht wir sehen eine eine Mutter mit ihrem in ihrer kleinen Tochter ähm hat Angst vorm Gewitter natürlich die Mutter versucht sie ein bisschen zu trösten und das Gewitter wird immer schlimmer und die siegen sich schon in den Armen und da kommt ein nackter Tomoki vorbei er britzelt überall ist voll geladen mit Strom feuert also im unteren Bereich ja genau er feuert aus dem Schritt einen einen Blitz in den Himmel und auf einmal wird das Wetter schön und das Gewitter hört auf die Mutter sagt noch so nenn mir wenigstens deinen Namen und er wedelt nur bei der Hand und dann es tut nichts zur Sache so wie so ein Actionheld ne geht dann von dann und denkt sich nur ein toller Mann ein toller Mann muss natürlich die energiegeladene der energiegeladene Zipfel gewesen sein keine Ahnung das ist das ist so das ist so what the fuck ist das Ende ja genau irgendwie muss das so eine Parodie auf irgendwas wieder sein ja total aber weißt du was ich zur Abwechslung mal ganz gut fand also jetzt vielleicht denken wir auch viel zu viel drüber nach oder so ja das kann ja sein aber das war jetzt zum Beispiel mal einfach ein reines Comedy Kapitel ohne Sinn und Verstand ja genau da gibt es null wo man irgendwie einen doppelten Boden finden kann wo man irgendwas rein interpretieren das ist einfach nur Edgy Fanservice mit saudummen Charakteren mehr ist es nicht ne und am Ende gibt es dieses what the fuck ne ich würde mich auch in ihn verlieben wenn er mit seinem mit seinem Penis ein schlechtes Wetter wegmacht ja 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 klar das kann niemand die Leute sagen immer verstehe eine mal die Frauen da du lest einfach Angeloy dann wisst du Bescheid darauf stehen die Frauen die Mütter vor allem wenn du das kannst dann hast du gewonnen dann hast du gewonnen also fleißig übel also viel Defibrillator Action ja genau an den Krojuwelen im Business nein bitte nicht ich schwör wenn das einer von euch macht dann kriege ich Krise aber ja ey mein Gott what a ride also es war ein geiler Band ich fand den halt vor allem geil weil der halt auch unfassbar lustig ist es ist einfach auch ein sehr lustiger Band gewesen also jetzt gerade so das Ende oder so auch mit diesen Hunden es hat schon sehr viel Potenzial gehabt und am Anfang war es aber halt auch sehr schockierend ja sehr traurig die mit aber die traurigste Sache fand ich halt das irgendwie mit dem Hund das hat mich irgendwie am meisten wahrscheinlich weil es so Klischee ist aber es ist so simpel dieses diese Geschichte also diese Struktur von dieser Art Geschichten aber die sind immer wieder so effektiv ja ja also ich glaube deswegen kommen solche Geschichten auch nie so richtig aus dem Modum niedliche Tiere das ist immer die wir irgendwie ausgesetzt werden und irgendwie ums Überleben kämpfen müssen oder ja wie gesagt es ist die Szene wo mich halt wirklich innerlich so traurig gemacht hat weil dieser Moment wo Tomoki an also Hund Tomoki an Hund Astraea denkt ja wo die da so einsam in der Kälte in dieser Box liegt und niemand will sie mitnehmen habe ich gedacht oh Gott oh Gott das ist so traurig so voll übertrieben drauf reagiert aber mein Gott das ist so traurig ja ja genau oh boy natürlich ist es aber auch so ein Ende wo man sagen kann der Wechselband kann jetzt einfach so gefühlt wieder mit Story weitergehen weil den Quatschblödel Part haben wir jetzt auf jeden Fall mal wieder in Gänze abgefrühstückt ja genau oh jetzt geht es wieder weiter ähm sind wir mal gespannt was da noch auf uns zukommt ja aber das werdet ihr erst hören oder sehen im nächsten Part wenn es wieder heißt Manga Montag mit Soda äh mit Angel Lloyd aka Sorano Oshimono von Su Minaski bei Panini erhältlich und zwar bei Band 13 nächsten Montag seid da auf jeden Fall wieder dabei äh vielen Dank wieder Flo da fürs dabei sein und es hat natürlich wieder mal Spaß gemacht und euch hoffentlich auch wenn ihr Mesa Manga unterstützen wollt könnt ihr das gerne tun in der Videobeschreibung gibt es dazu Möglichkeiten da würden wir uns natürlich sehr freuen und ansonsten freuen wir uns auch wenn ihr einfach den Content genießt ähm seid äh wieder beim nächsten Mal dabei und ich sage ich bin euer René von der Mesa Manga bis dahin und tau bye bye tschüss bisれ Vielen Dank.